Mario, was macht denn der Selbstbräuner? Er macht braun oder orange manchmal auch. Vor allem ist Zucker enthalten in jedem Selbstbräuner, egal wie teuer ist. Und damit er funktioniert, braucht es einen Oxidationsprozess. Das heißt, der Selbstbräuner karamellisiert mit Zucker und Luft und entzieht der Haut die Feuchtigkeit. Das bedeutet, die Haut altert und verzuckert und das ist ein absolutes Aging-Produkt und sollte nicht verwendet werden.